So, zurück bei Timberweed Park und... Oha! Okay, Moment, ich bin gerade verwirrt, weil gerade bevor ich auf Aufnahme klickt habe, hat unser lieber Agent Antonio Reyes, nämlich, mein, vielleicht sollt ihr einfach zu Agentin Reyes schalten. Und ich denke mal, die ist doch tot, aber guck mal, die ist wieder, die ist nicht mehr ausgeraut. Die ist wohl doch noch am Leben. Okay, ich finde Reyes, hat die mich etwa abgehängt. Ich bin gerade hochgradigst verwirrt und bin jetzt echt am Übeling. Sollen wir das versuchen? Wir versuchen das. Wir schalten um auf Agent Reyes. Oh, sie ist am Leben, sie ist nicht tot, sie lebt. Okay, wir müssen fokussiert bleiben. Fokussiert bleiben, um Mörder zu finden. Das macht Sinn. Okay, immerhin. Agent Ray lebt. Da geht es mir gleich wieder ein bisschen besser. Wow, die hatte echt schon Panik. Wir haben hier ein Ventil, wir haben hier ein Skelett. Zeigen von Freundschaft oder Schreien, Akilbe, schwer zu sagen. Eventuell ziemlich unecht. Vielleicht sollte man mal anziehen. Okay, vielleicht sollte man es nehmen. Ja, aber hier habe ich gesagt, du sollst es nehmen. Benutzen vielleicht. Oh, wow. Ich kann es nicht. Reden. Auch nicht. Öffnen. Ich kann eben die Flasche in die Hand geben. Irgendwas. Okay, was ist mit dem Ventil? Festgeschweißt. Auch nichts, wo wir Unfug machen können. Ich dachte mir gerade, jetzt machen wir Unfug. Öffnen halt irgendwo ein Ventil, weil es wurscht ist. Was ist? Verschweißt. Hey, echt jetzt? It's still a boring valve. A boring valve. I can't turn it. So, dann schauen wir zu den staubigen Kisten. The only thing I get from poking around these boxes is a case of sneezes. Okay, jetzt ist halt die Frage. Hier ist ein Tunnel. Und hier ist ein Tunnel. Scheiße. Oh, Mann. Oh, wow. Das ist, könnt ihr euch erinnern, Monkey Island Teil 2, LeChucks Revenge. Genau an das erinnert mich das gerade. It's a sturdy, impenetrable gate. Öffnen. Drücken. Ziehen. Nutzen. Auch nicht. Okay. Naja, man kann es ja versuchen. Hey, wir haben einen Staubkörner gefunden. Das wäre Zufall. Jetzt haben wir schon vier. Oh, wow. Hey, die Staubkörner. Notfallnummer. Was heißt das da drunten? John Provenkchen? Looks like someone knew I was going to get stuck down here. Unless my kidnapper wrote that as a trap. Only one way to find out, I guess. Ja, da ist noch ein Staubkörner. Das ist immer das erste. Dann haben wir einen Kanalisationsdeckel. Hä? I'd say that leads somewhere. Das würde, wo ich nicht hin will. I'm looking for an escape route. But I'm looking to go up. Not down. Okay. Eine rote Schachtel. Weißt du, das ist diese roten Telefone. Man kennt das, ne? Das sind immer diese ganz wichtigen. Hm. Münzrückgabe. An empty coin return slot. Nutzenmünzrückgabe. An empty coin return slot. Nutzenmünzrückgabe. Nutzenmünzrückgabe. Muss man 10er einwerfen. Tja. Und die 10 Cent Münze hat wer? Scheiße. Die hat der andere, weil die haben wir mit ihr nicht gesehen. Und die hat der Typ eingesammelt. Verdammt. Somit ist nichts mit Telefonieren. Und die Kanalisation will sie auch nicht. Na ja, dann versuchen wir den anderen Tunnel. Schauen wir mal, wo uns der hinführt. Ha! Nach oben. Da ist ein Staubkorn. Krass. Da ist noch ein Ventil. Auch festgeschweißt. Sag mal, was ist denn hier los, he? Tunnel ins Nirgendwo. Und Abflussrost. Okay. Okay. Hier kann man auch nicht durch. Wow. Der Fagen, das Telefon. Es geht doch gar nicht gelöst werden. Alter, echt jetzt? Was mache ich denn dann? Ich kann es nicht in da. Houston, wir haben ein Problem. Oder wie ist das? Es ist dark, inaccessible und unappealing. Oha. Ah, aber warte mal. Hey, Moment, wenn sie sieht, da ist ein Quickie-Pal-Store. Quickie-Pal-Store. Pass auf, das ist ein Abflussgitter. Dann kann ich da mit dem Typen bestimmt dieses Abflussgitter finden und das durchschmeißen. Das 10-Cent-Stück. Aber was ist denn so ein Quickie-Pal-Store? Geht so B-Street. Mainstreet, B-Street. Das ist ein Müllcontainer. Oder ist das der Gulli? Der, was da in der Straße ist, wo es um den Körper umknatzt worden ist. Das kann man tun, glaube ich, auch sein. Wurscht, wir laufen jetzt mal die B-Street lang. Glück ist Tortentür, da gehen wir jetzt noch nicht rein. Hier ist ein Telefonbuch. Wegen dem Anwalt wär's, ne? Wie hat der geheißen? Scheiße, ich weiß es nimmer mehr. Was, der Benedikt? L.W. Bader? Kann das sein? Irgendwas mit... Oder Ben und Nick Bruchmann? Shit. Irgendwas mit B war's. Glaube ich. Ei, 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 scheiße. Oh man. Oh nein. Wie viele Leute gibt's in Simple Width wie B? Fuck. Okay, das ist bitter. Wenn ich das mal so sagen darf. Das ist bitter. Das ist bitter. Es ist aus Ordnung. Der Kompon-Slot ist mit Glühle, die Knöpfe sind missen und die Kompon-Receiver ist cut. Otherwise, es sieht gut aus. Okay. Definitiv, Definitiv Agent Ray's Notebook. Es ist... Bunny Saloon. Nothing in there but Dust Bunnies. Nothing in there but Dust Bunnies. Was ist das hier? Arc Arcade. Das ist so eine Spielbude. Spielhallentür. Fears Art Now. Gehe zur Grußhaltestelle. Wow. Ich glaube, da bin ich jetzt weit weg. Da gehen wir nochmal... Wir gehen nochmal zurück. Beschleicht so das Gefühl, dass das vielleicht eh der Kulideckel... Stopp! Staubkorn. Das eventuell eh der ist hinterm Diner. Ja, genau. Soviel zu dem Thema Kulideckel hinterm Diner. Da ist gar kein Kulideckel. Oh fuck, vielleicht ist das... Mann, dass das vielleicht der ist wie der A Street. Wo wir nicht hinkommen. Und wo geht's hier lang? Außenbezirk der Stadt. Ja, leg mir am Arsch. Telefon! Telefon! Ui, keiner da. Ach doch. Verdächtig, findet ihr auch? Findet ihr das auch? Das ist verdächtig. Ach, hier ist der Quickie-Palm. Nice! Toilettenschild? Nix da, rein mit dir. Oh oh. Okay, ähm... Scheiße. Das ist ein Staubkorn. Ich bin versucht, das zu nehmen. Aber hier steht die roten Haugen raus wieder. Fuck! Wo ist denn der Kulideckel? Ich muss vor, das... Komm. Es sieht ziemlich dark down there. Warte, ich sehe Agent Ray. Agent Ray, ist das dich? Nein, es ist der Pope. Der Vatikan hat mich entschieden, um mich auf eine Tour der Sewellen zu nehmen. Natürlich bin ich, du Idiot. Genau das. Hast du noch nach der Sewellen gesehen? Ja. Und ich konnte einen Exit finden. Es ist ein Payphone hier, also ich könnte jemanden telefonieren. Neid! Except I don't have any Dimes and my cell phone doesn't work down here. Stand back, Agent Ray. I'll drop you a dime. Bum, 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 bum. Oh nein. Ich sehe es schon kommen. Oder? Kannst du bitte liegen bleiben? Wow. Ich sehe es schon kommen, dass es irgendwo runterfällt. Weißt du? Okay, wir haben ihn. Wir haben ihn. Perfekt. Perfekt. Und hier geht es wieder weiter. Wie riesig willst du sein? Statt, ja. Movietron. Das ist bestimmt viel mehr ausgeboren. All the lights are out. It must be broken. The instructions say insert coupon for movie. Any luck finding a way out? Why are you in the sewer? Enjoying the sights and smells, practicing my sewer spelunking hobby, hunting for ninja turtles. Take your pick. You go spelunking? No, you moron. Someone attacked me when I was investigating the alley behind the diner. Are you okay? Are you hurt? Do you need medical attention? I'm fine. I've woken up in worse states and worse places than this. But usually there was tequila involved. Ah. Did you see who attacked you? I will have them arrested so fast their head will spin. No, they came at me from behind. It was lights out before I had a chance to turn around. But I'm guessing whoever it was doesn't like us poking around town. Gut möglich. We'll make them pay for this, Agent Ray. Just as soon as we get you out of that sewer. Die Frage ist halt, wen rufen wir denn jetzt an? I'm not panicking. I said don't panic, Agent Ray. You need to conserve oxygen. I really don't. But believe me when I say I'm doing as little breathing as possible down here. I have some great survival tips. I have a survival tip for you, Reyes. Oh, yeah? It's called Zip It and I won't punch you in the nuts when I get out of this sewer. Are you sure you don't want to hear my survival tips? Fine. Lay one on me. My abuela always said spray rodent repellent in your shoes if you want to keep rodents away from your shoes. That's the most obvious, stupid advice I've heard. Genau das. No more tips from you, Reyes. Although I am starting to wish I hadn't traded that gopher repellent I had for a carrot cake. It was delicious though. I'll be back as soon as I can. Don't screw this up, Reyes. Komm hier. Nicht hin, ne? Hier liegt der Staubkorn, zu dem wir nicht hinkommen, weil die Anzeige da im Weg ist. Aber ich kann mich auf irgendwas ändern. Gab's da nicht. Okay. Okay. Da gab's da irgendwo Das auch immer Klopapier vorne ist. Das weiß auch glaube ich kein Mensch. Also ich weiß es nicht. Wo war denn das? Komisch. Ich dachte mir, ich hab mir einbildet, man kann das irgendwo umstellen. Wohl nicht. Damit man das ausblendet, aber das war wohl ein Irrtum, weil hier liegt der Staubkorn. Naja. Gut, wie auch immer. Definitiv Agent Reyes Notebook. Ich werde natürlich refrain von perusingen its contents. Agent Protocol. Jetzt ist kalt die Frage. Gehen wir vorher noch rein, bevor wir sie in der Toilette einen auf die Birne hauen lassen. Weil ich sehe, das ist schon kommen. Wir werden uns dann gleich bei Agent Ray wiederfinden. Oh. Ähm. Ich glaube, ich bin auf Kamera. Es gibt keine Maps. Sorry, little dude. Der Sheriff kam ein bisschen vor und hat alle Maps. Aha. Verdächtig. Welcome to Quickie Pal. Can I help you find... It looks hungry. I don't have an extra finger though. Gibt ja Schraubkörner. They don't want it. Okay. Alter Sandkörner. I'd play if it were a sure thing. Need an I'm sorry card? We have a great selection. Wir brauchen keine I'm sorry card. Beerenabwehrspray. Den will ich. It's called Levo's Bear Repellent. Take it. It was a sample from a traveling animal repellent salesman. But I doubt if it actually works. I wouldn't want to find out. Let me know if I can help you with anything. I don't want to pick that up. I'm sorry you're feeling like a beep card. No thanks. Not very nice for a greeting card. Let me know if I can... Hi there. I'm Gukki Pal Leonard. How can I help you? I'm Junior Special Agent Reyes. Uh, I'm not holding if that's what you're thinking. I'm not holding on. Dreimal Geständnis abgelegt. Wobei die sind dreimal verdächtig. Huh, these flickering lights are going to drive me insane. Yeah, it's a trip, isn't it? Oh, they're even better. If you get a little toked up and... Oh, ha. Ah, I mean... Yes, Officer, I'll get those fixed right away. Tell me a bit about yourself, Leonard. Dude, how do you know my name? Are you like telepathic or something? No. You just told me your name, man. It's also on your name tag. Deak. Do you like your job here at the Quickie Pal? Heck yeah. I got a freaking sweet deal here with free coffee and minimum wage. Plus, I don't get many customers on the late shift, so I get plenty of time to think. You said you get a lot of time to think. I'm like... An abstract thinker way ahead of the curve, man. My mom says I should be more like my cousin Bernard who got a scholarship to MIT. But why be like that, dweeb? when I could be like Chuck Edmund. Tell me about Chuck. He's my freaking hero, man! Dude, never went to college. Just started building his machines when he was a kid. That guy made this town rich just by doing what he loved. You seem to really admire Chuck. That's why I dropped out of high school. I don't want to live my life for the man like some peon in a polyester cage. No offense. None taken. What do you think about the state of the town? Just ignore the losers who say this town is over. I mean... Pfff... Not even. We got everything a person could ever need here in the Quickie Pal for one. Alles was wir zum Leben brauchen. Danke, Quickie Pal. Do you know anything about the body by the river? No, but I heard the sheriff nearly ralphed when he saw it. The only bods I've seen lately are the righteous babes on the top shelf of the magazine rack. Let's not go there. Have you seen anyone acting suspiciously around town? Actually, now you mention it, I did see something suspicious a couple of nights ago. I was on the late shift getting ready to close up and grab some Zah when Willie the town bum walks in. Was totally whack when I think about it. Why did Willie seem suspicious to you? Well, normally we have to toss him out because the dude smells grody and he never has any money. But for the first time in forever Bro pulls out this wallet and flashes a fat stack of dead presidents. I thought it was kind of bitchin when he bought out the liquor cabinet. Aha, Billy hat uns also. Jetzt wissen wir auch, wo die Geldbörse, die Brieftasche hinkommen ist von der Leiche, die ja nimmermehr am Mann war. Die hat Willie geklaut. Der Säufer. Could the wallet you saw have belonged to Willie? Nein. Oh, no way. That wallet was his. I figured he got lucky and found it. Whoa, whoa, whoa. But come to think of it, I'm pretty sure the wallet had some weird red stains on it. At the time, I thought it was the cherry mouthwash he drinks. But it could have been blood. I'm going to look around your story. Okay. Okay. Willie wäre nicht schlecht, wenn wir den finden. damit wir ihm die Geldbörse abluchsen. Und da haben wir übrigens Pfannflaschen. Einwerfen. Pfannflaschen einwerfen. Gibt 5 Cent. Wir hätten eine Pfannflasche. Also besser gesagt, Agent Ray hat eine Pfannflasche. Kann uns die, die hochgehen? I need to stay focused and solve this murder so I can get on with my plan. Good man, Ray is still hanging around. Okay, nee. Geht nicht. Okay, pass auf, wir gehen jetzt... Warte mal, warte mal, warte mal. Das ist eine Röhre. Ist das die, die wir brauchen? Das ist ein ziemlich großes Vacuum-Tub. It's stuck. Die klemmt. Ugh, smells awful. Ugh, smells awful. I can't push that. It's stuck. Oh, verdammt. Und ich dachte, das wären vielleicht die Röhre, die wir für den Wasserrohrbruch brauchen. Ist wieder nichts. Ja gut, komm, dann rein auf die Toilette. Ich fürchte halt Schlimmstes. Wir nehmen sie mal den Staubkorn. Gibt es hier einen Lichtschalter? Trockner. Lichtschalter, guck. Oh, wow. For a good time. Edna, 3444. Ähm, jetzt ist die Frage. Soll man Edna anrufen? Mit den 10 Cent, die wir haben? Scheiße. Oh, no way am I going to look in there. I can smell it from here. Save's trees. Employees must always wash their hands. Huh, I look good. Okay. That's a huge Toilette. Seems to be a scale. Das sind wie überreißer Röhren drauf. Looks like a really big tube. It's stuck. Geht auch nicht ab. Ugh, they're all used up. Ugh, they're all used up. Ugh, they're all used up. It's stuck. Ah, okay. Lots of super absorbent paper on this roll. Moment. Oh, wow. Leute, Klopapier vorne oder hinten. Oh, wow. Echt jetzt? Man kann in dem Spiel einstellen, ob du das Klopapier... Oh, wow. Damit du dich nicht getriggert fühlst. Je nachdem. Scheiße, wo stell dir das um? Das triggered mich. Fuck. So, unfassbar. Okay, das ist gut. Schon wieder Staubkorn. Verdächtig. Sehr verdächtig. Wenn du mich fragst. Ach, wir reden die Münze gar. Okay. Hallo? Hallo? Ist jemand da? Ja, ich... Es ist kein hartes Wetter. Let me show you how you do it. Hallo? Ist das der Sheriff wieder? Hallo? Ähm, warum sprechen wir nicht von dir? Hallo? Someone there? There's no heavy breathing. Let me show you how you do it. Hello? Äh. Is this the Sheriff again? Hello? Hello? Someone there? There's a dime in the coin return. Okay, das war dann wohl... Bei der Notfallnummer steht ja keine Nummer. Aber da steht der Name John Provenchen. Ach, guck, das ist dann vielleicht... Das ist dann vielleicht der, den wir anrufen müssen. Das heißt, wir gucken im Telefonbuch nach. John, der John. Komm, Freundchen. Wir müssen zum Telefonbuch. Ja, das ist nur die Frage, wo war das Telefonbuch? Fragen über Fragen. In der B-Street war das, oder? Oh, da gehören so viele Sachen zum Gucken. Also gut. Jot. Jim, Joe, Joel. John, John, John. Johnny Sander, Peel Walker. Johnny Maloney. John Provencher, da ist er schon. 3490. 3490. Das ist die Nummer, die es zu wählen gilt. Oh yeah. Das ist die Nummer, die es zu wählen gilt.